Mein Tipp ist Ö03. Aus Frau Vizekuhe. Ö02. Wo geht es? Es ist oben. Dann gehen wir los in Leverkusen. Bei den Pillen drin. Bei Bayern München, klarer Favorit. Brauchen wir nicht diskutieren. Der hat ja auch eine kleine Strafe gekriegt für seinen Tango, den er gemacht hat. Da war ja richtig Rundkalli. Zwölf Milli. Aber das bezahlt er ja aus der Portokasse. Das übernimmt auch Rundkalli. Das übernimmt auch Rundkalli. Ja gut, und dann haben wir noch was. Bei Bayern München fällt da lieber Dorsky und Hummels. Aber die schieben doch für die Weltklasse nach. In der Weltklasse ist er wahr. Aber in der guten Truppe Bayern München kann er auch Tore machen. So sehe ich, denn ich mag den Kerl nicht. Im Kopf ist er ja nicht ganz, wie er sein soll. Aber sonst muss guter Fußballer vorne drin, der macht ja seine Dinge. Ja, was haben wir denn noch? Dann muss ich ein Wort zum Pokal sagen. Da habe ich 1.000 Euro gewonnen. Das war ja schön. Ich habe getippt Paderborn. Bayern München mit der heißen Kugel. Das war doch klar. Das war für mich hundertprozentig klar. Bayern München, Paderborn. Ich habe 1.000 gewonnen. Deswegen konnte ich mir die Jäcke jetzt kaufen. Das war das Ergebnis. Alles andere, was Bayern sieht, wäre eine Überraschung für mich. Dafür sind sie auch hinten noch zu gut mit dem Boateng. Es wird nicht einfach, aber das gewinnt Bayern München 2-1. Robben, Ribery, alle wieder fährt. 2-1 gewinnen sie das Ding. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.